Herzlich Willkommen zu einer Folge AusfahrTV X meets kurz und knackig. Ich will nur ganz kurz was loswerden. Ich stehe hier in Mallorca, Eike hinter der Kamera und ich hatte euch versprochen, ein langes Review vom Golf R-Variant und zwei kurze Ergänzungsvideos zum E-Golf und zum Golf GTE. Wir hatten zwei Tage vorgesehen. Ich habe vor meiner Ankunft kurzfristig erfahren, dass ich den Golf-Variant gar nicht machen kann, weil es nur einen hier gibt und der wird auf der kleinen Rennstrecke hier eingesetzt. Da darf jeder mal drei Runden fahren und dafür ist er vorgesehen, den kann ich also nicht mal eben, Entschuldigung, einen Tag beziehungsweise einen halben Tag rausziehen. Ja, schade. Und dazu kommt noch, gestern stand ich in der Vollsperrung auf der Autobahn, habe dadurch meinen Flug verpasst, musste einen anderen Flug nehmen. Dabei ist mein Koffer verloren gegangen und alles zusammen sorgt jetzt dafür, dass wir nicht genug Zeit haben, vernünftig zu produzieren. Darum bringe ich trotzdem noch zweimal kurz und knackig mit, einmal zum E-Golf und einmal zum Golf GTE und das war es leider. Kann ich nichts ändern, ich wollte es euch nur einmal kurz erklärt haben. Das war es auch schon. Sag tschüss, bis dann, euer Jan. , bis dann, euer Jan.